hallo ich meine freunde herzlich willkommen zu einem neuen angespielt project line ok schauen wir mal was muss ich machen ich werde einfach mal auf die rechte seite d und auf die linke seite ein a machen und gucken das bringt es nicht ich muss es also mit einem wischen machen was sehr uncool ist du musst doch mal ausmachen die aufgabe ist es quasi den ring durch zu manövrieren multiplier ohne dass er gegen den strang kommt ich gucke ob ich hier eine bessere möglichkeit habe wischen muss ich ja gedrückt halten dass die pad vielleicht in groß speichern naja das ist zu grob das ist nicht empfindlich genug schade funktioniert so leider nicht ich kann ja auch die empfindlichkeit nicht einstellen alles klar muss ich so machen machen ein paar level wird das andere spiel nicht allzu lang gehen also kann ich seit wesentlich smoother bewegen aber die level scheint immer gleich zu sein der aufbau das geht schnell das geht das ist mit der maus ist es nicht möglich also sehr sehr schwer mit der maus so mit den münzen kann ich mir wahrscheinlich dieser ring kann nichts starte weiter mit dem obligator frei ok bei ihm wird jede münze doppelt gezählt präzise lohnt sich hin und die multiplikate und zweier schritten kommen die paar starten mit fünfmal multiplikate verdreifachung und erhöhen multiplikate und mit plus zwei wenn man hat spendet highscorer alles klar das kann man tatsächlich ein kleines kleine erleichterung verschaffen aber auch nur um mehr münzen zu kriegen oder ein höherer multiplikator die münzen muss ich anscheinend mit meinem ring einsammeln aber zumindest einen neuen highscore 326 plus 8 von diesen münzen 500 5000 brauchen wir glaube ich das beste war was war das 0 aber immer die andere musik 2 5 6 7 6 10 10 bisher zumindest nicht alles ist ja eine ganz andere strecke wieder gewesen keine werbung sehr cool verkackt ok einmal machen wir noch einmal noch bis zur fünf millionen das war ziemlich knapp gerade eben ok ich muss mir wirklich mehr darauf konzentrieren auf die strecke und weniger auf die münze also ich würde ihn nicht mitnehmen ich sollte eher lieber darauf konzentrieren weiter zu kommen na das war eine heftige kurve na gut leute sieben münzen wir haben insgesamt 27 500 das nächste und halt 5000 das best der rock einfach ein paar münzen zu kriegen ändert aber nichts daran dass man selber skill haben muss um hier voranzukommen die 326 das bringt selbst wenn du 50 millionen münzen hast bringt dir das überhaupt nichts du kriegst einfach nur mehr coins aber damit kannst du nichts machen das bringt dir halt überhaupt nichts gut das was wir sagen spielt zu project line vielen dank zu sehen und ihr könnt ja gerne mal schreiben wenn ihr es probiert habt wie weit ihr gekommen seid mit dem handy lässt sich wahrscheinlich wesentlich einfacher machen als mit der maus so würde ich es zumindest empfinden dann vielen dank zu sehen bis zum nächsten mal bei angespielt tschau tschau tschau